Was ist mit dem Test? Dann hab ich bestanden. Na, na, bestanden! Na, gut! Tag, Franz Peter. Ich hab da erst den Test bestanden. Ich habe eine andere Seite. Das ist eine andere Seite. Ich habe eine andere Seite. Ich bin in der Liebe. Ich bin in der Liebe. Musik Musik Hans Das tut mir leid wegen gestern, ich war irgendwie genervt Ist schon gut, ich war auch blöd Das ist ja unheimlich Als hätte ich das vor ne Ewigkeit schon mal gesehen Da Die Figur, die bewegt sich doch Hä? Hä? Stell dir vor, auf der Erde wäre ein Unglück passiert Wir sind die einzeln überlebenden Menschen, es ist total dunkel Dunkel wie ne Felsenhöhle? Was denn für ne Höhle? Nein, der Antigone von Creon eingemauert wurde Mir wäre das nicht passiert Meine Mutter hat mir eingeschafft, alles zu tun, was sie von mir verlangt Besserwisserei bringt dem Schauspieler nur Ärger ein Lars! Ich will über Antigone reden Hättest du dich getötet? Warum? Na, als Antigones verlobter Heimon kommt, um sie zu befreien Er kommt da doch zu spät und tötet sich Ich habe immer den Creon gespielt Du bist doch